Halli, hallo, hallo, schön und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Hit My Blood Money. So, wir sind noch in derselben Mission. Ich habe gerade mal kurz für einen Anruf unterbrechen müssen. Und wir waren hier gerade stehen geblieben. Ich wollte wegen dem Videoband, wir sollen ja ein Videoband sicherstellen. Das würde fast, ich schätze mal fast, das ist auch da oben. Ähm, ja. Ich gehe mal fast davon aus, dass es hier ist. Ich nutze die Gelegenheit erneut zu speichern, und zwar auf meinem ersten Save. Und renne hier noch einmal, renne hier mal kurz durch. Hi! Ich renne hier einmal kurz lang, aber nicht durch. Das sah gerade eben so aus, als würden die Leute da weggehen. Also wenn die Leute da weggegangen sind, das ist nicht so gut. Der Hit ist da tatsächlich so weit weg, aber auch irgendwie nicht. Boah, das müssen diese Widerbänder sein. Oh, der kommt ja schon wieder hier her. Oh, der kommt ja schon wieder hier her. Hä, bleibt der jetzt hier drin? Auch doof. Puh, ne, der geht da raus. Okay. Ja, das ist aber genau das, was ich brauche. Laden. Gut, da muss ich mir was überlegen, wie ich das am besten, am klügsten mache. Äh, äh, äh. Kleidung? Kleidung. Kleidung wäre praktisch. Kleidung wäre praktisch. Kleidung. Na, komm. Keine Ahnung. Ach, der sieht mich ja trotzdem dumm. blöd man laden gutes das muss klappen so hier kann ich jetzt nicht einfach durch was ist das leute wo rennen die denn da jetzt hin okay laufen läuft einfach mal irgendwann zu will ist dahin von den damen ist das okay was macht er denn da jetzt gefällt dir die tür von der anderen seite warte mit der durchgegangen ist oder hä muss dahin ich weiß ja echt nicht ob ja wenn man nochmal 47 steht es bescheuert ist ich habe keinen plan ne gerade komm ich bin ich mit der steuerung ein bisschen im clinch immer sonst ja aktionen mit e ne tür öffnen und so dann sollst du sachen aufheben mit der leertaste licht ein aus geht auch mit e hä warum ist das sieht so gut da war mir egal ich gehe mal da rein hat er hat mich gesehen scheiße was willst du denn eigentlich laden dauert jetzt noch ein weichen bis ich das hier so weit habe ich will unbedingt durch diese tür die leite zu verstecken gab es hier eigentlich irgendwo eine möglichkeit eine leite zu verstecken ja der geht jetzt direkt dahin oh gott ja ich sollte mir einen anderen weg suchen ja wer ist das wird so nix der kommt dann nein ja ich muss das dann ständig sein ja der balken jeder bekanntheit entdeckt balken ist halt aber auch schon manchen gelb und mal wieder hier vollgegen ja ich ta 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 oder echt gucken dass ich irgendwie so einen typen mir schnappe die kleidung davon von dem holer ich laufe ich laufe doch dann vorbei was soll das ok wer hat mich diesmal entdeckt ja ist gut wird nach unten ich muss auf jeden fall mal irgendwie was haben wir denn sonst noch so viele möglichkeiten haupthaus terrasse war ich da eigentlich schonmal hm kann sein ähm mole innen alles da wo ich die dings abgeschaltet hab den laser müsste da gewesen sein hm puh bin jetzt echt ein bisschen halt hier wenn ich mir jetzt hier so ein schnappe der anderen kommt bestimmt jetzt gleich schon wieder rein ja und da war's das laden das war der richtige spielstand ja ach ja hier das brauchen aber ich pack's nochmal weg das ging irgendwie schnell gerade die muss unbedingt nach innen aufgehen ne zieh den doch da durch damit soll natürlich soll doch keiner sehen so hier das treppenhaus benutzt ja irgendwie nie einer körper ablegen anzug so mal gucken vielleicht klappt das ja in euren anzug äh ausgestattet gehe ich jetzt hier einfach durch und hier rein und und der typ liest mich in ruhe sehr gut hm ne 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 das sieht der sicher im augenwinkel wenn ich das jetzt mache ja so aber wenn er nach da hinten geht dann hab ich's ja nice sehr nice ähm gut gut da tragen sie die leiche weg das ist auch schön so und hier wieder runter so wie ist denn das jetzt hier laden ne speichern ich darf noch dreimal dann oder vier von sieben fünf sechs und sieben ja ich noch einmal speichern es steht da fünf ja ich glaube fast ich werde das auch tun so und zwar mache ich's hier an der stelle so da das ja jetzt hier geklappt hat spiel speichern ähm hier dann wieder auf dem zweiten wobei eigentlich na komm was soll's auf dem zweiten hola die fee so jetzt muss ich nur noch rauskriegen wie ich den letzten typen am besten noch wegkriege so ich bin jetzt hier im zweiten stock wenn ich's richtig sehe seh ich das richtig ich weiß nicht das wo ist das denn jetzt hier hier der müsste doch genau jetzt da das sein hier unter mir ich weiß ja nicht aber wenn ich jetzt einfach hingehen würde und den abknalle hey laden hier da wäre halt irgendwie ein guter spot und ne ein scharfschützengewehr nicht schlecht wobei ich irgendwie voll den drang habe das ist nochmal so zu probieren und so laufen hier nur zu viele leute rum die da was sehen Hä? Du sollst doch drauf gehen! Okay. Laden.